Welche Grenzen kann ich dem Sohn Gottes auferlegen? Liebster Bruder, in Gott kannst du nicht urteilen. In Gott existieren keine Gedanken des Urteils und der Schuld. So können sie in Wahrheit auch nicht in dir existieren. Du bist sein geliebter Sohn, so frei, grenzenlos, ewig reiner Geist. In Gott bist du nur Liebe. Bruder, nimm dein Gottvertrauen an. Es ist dein Vertrauen zu dir selbst. Lass die Nähe zu dir selbst zu. Es ist deine Nähe zu Gott selbst. Tritt zurück, schweige still, lass Gott als deinen Vater zu dir kommen und erfahre, dass nichts bedroht ist. Bruder, du kannst einfach in Gott sein. Ganz natürlich. Du bist wie Gott dich schuf und kannst jetzt in seinen Armen ruhen. Sei still und lass dich von seiner Liebe berühren. Das ist pure Heilung. Es öffnet dein Herz und lichtet deinen Geist hinein in die Ewigkeit. Die gemeinsame Erinnerung an Gott, hier in unserem geeinten Geist, der heiligen Beziehung zu deinem Bruder. Sieh, das Licht ist gekommen, alles Alte ist vergangen. Sei gewiss. Du bist so geliebt. Du bist so geliebt, gesegnet und so sicher gehalten. Gott liebt dich einfach so, wie du jetzt bist. Das ist alles. Welche Grenzen kann ich dem Sohn Gottes auferlegen? Amen.